So, dieses Jahr habe ich einen hässlichen Vogel dazubekommen zum Grillen und zwar fürs SujuCFest nächste Woche am Samstag. Nicht nur der Kevin Schöneberg kommt dazu, die Who is Who der alten Preußen Stars. Wir haben den Breakdance-Siggy dabei, unseren Welttor-Hüter Masu ist dabei, unser Klasse Trockenbrock ist dabei. Wir haben einen Supergriller-Special, den Berti, der hier auch dabei steht und wir freuen uns auf Finne, wir freuen uns auf Lieber, wir danken den Carvents-Männern für die Möbel und Maiki von Münster von Leif, weil mit dem mache ich das ganze. Ihr habt uns letztes Jahr voll gefressen und leer gefressen, Entschuldigung und ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso wird und dann hoffe ich, dass wir ein schönes Familienfest haben. Kommt mit euren Kindern vorbei, wir haben wirklich viel Programm wieder geboten für euch alle und freuen uns auf hoffentlich gutes Wetter, so wie heute und es gibt SujuC, es gibt Lammkotelette und es gibt Pöfte. Wir unterstützen ihn beim letzten Eiser untergegangen, jetzt hat er Unterstützung am Grill von den großen Jungs, in diesem Sinne, kommt vorbei, haut euch die Mögenfreude. World, stay stoned!